Der Baron... Ach, sag ihm, ich werde mich beim Melden morgen oder irgendwann. Ich brauche jetzt ein bisschen Zeit für mich. Okay. Ciao. Und, wie ist es? Wieder frei von allen Verdächtigungen? Wunderschön. Er hat mir gerade eine SMS geschickt. Er ist wieder in Hamburg. Und? Wirst du ihm auch schreiben? Hm. Irgendwann werde ich ihn auch besuchen. Weißt du, Lina, manchmal kann etwas, das zu Ende geht, sehr wehtun. Aber das Schöne, das du erlebt hast, das kann dir niemand mehr wegnehmen. Finde ich auch. Das bleibt ein Teil von dir. Und darauf kommt es an.